Meine Rückkehr in diese Stadt hat einiges ab dem Norden zerlassen. Charles! Immer noch so... ...schwach! Wie früher! Kann man dir helfen? Sehr! Was willst du denn? Die Entropie, mein Mann, ist das Schönste, was es in unserem Universum gibt. Und durch die wirst du dich rechnen können. Irgendwann. Es ist wohltuend. Glaube an das. Nur die Stärksten werden überleben. Schwäche wird sich rechnen. Dann werden wir ja sehen, wer hier überlebt. Charles! Der Weg sieht aber sehr verwunschen aus. Genauso verwunschen wie Ihre Firma. Das ist unerhört, Sie unfähiger Idiot! Ihnen dürfte doch bei meiner Bewerbung nicht entgangen sein. Wie man mich nennt. Doch sei gewiss. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Ich will es leiden, nach euren Regeln zu spielen. Entropia. Nein. Du bist ein wenig Kontakt.